Wahnsinn. Flinten-Munition. Oha, okay. Ah, so. Na, du musst doch eher untersuchen. Ah. Okay. Die Ochsen-Statue. Die Ochsen-Statue. Die Ochsen-Statue. Die Ochsen-Statue. Die Ochsen-Statue. Die Ochsen-Statue. So, na dann werden wir mal jetzt hier mit der Ochsenstatue losflitzen. Können wir ansonsten eigentlich nie. Erstmal los. Das war das. Zack. Was ein Schloss? Was für ein Schloss? Okay, krass. Das ist doch mal eine Anfangshalle. Shoot me, shoot me. Nö, meint nicht. Geht mal so. Einen Crowd nehmen wir mit. Was haben wir noch? Schießpulver. Ah, okay, okay, okay. Antike Münze. Antike Münze. Oh Mann. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich meld mich wieder. Hm. Das. Ja, scheinbar ist diese Zoe auf unserer Seite oder will uns irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch mal irgendwie helfen. Bitte? Ohrpendel. Ohrpendel. Ohrpendel wird genau. Ah, da ist Bione da drauf. Okay. Was haben wir denn hier? In zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten zwei Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unerfindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant mehrere Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft Alyssa Ashcroft? Klingelt da nicht irgendwas? Ashcroft? Wandert nicht die aus Kurt Vionica? Na, vielleicht täusche ich mich auch gerade. Aber kommt mir gerade sehr bekannt vor. Sehr, sehr, sehr bekannt vor. So, was haben wir denn hier? Ah, Uhlpinne? Willst du? Ah, okay, alles klar. Nehmen wir ein Schattenrätsel. Nein. Ah, ein netter Versuch. Okay. Haben wir noch was anders? was? Ne. Ja, das hatten wir auch schon. Uh, Moment, Moment, Moment. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was ist das? Living Room. Na dann, gehen wir nochmal zurück zum Living Room. Der Living Room war ja da vorne. war ja noch hier. Hier. Ah, Ha, 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 ha. Weißer Hundekopf. Okay. Weißer Hundekopf. Wo benutzen wir ihn jetzt? Nicht noch irgendwo irgendetwas, was wir hier irgendwie finden können. Schön mit der Maus, aber das ist weggeblieben gerade. Ähm, ja. Was ist das? Where's my... Was? Mother? Mauer? Ha. Tja, verrückte Leute. So, dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Hm, 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 hm. Das ist ja wirklich eine recht große Halle hier irgendwie. Uh, hallo. Hallo, Freunde. Was? Warum? Wieso? Warum? Warum? Ah, okay. Ah, nee. Echt jetzt? Ach, scheiße. Na, schade. Schade, schade, schade. Moment mal. Der ist spät, meine zündeten Augen. Okay. Dann müssen wir noch zwei davon finden. Was ist denn hier schönes? Flüssige Chemikal, die nehmen wir da auch mit. Hm, 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 hm. Ansonsten. Oh, was ist das? Evelyn. 2. Mai 2014. Okay. Okay. Mhm, hm, hm. Ja, jeder Amerikaner, Football begeistert. Sportart, die sich mir leider etwas entzieht, irgendwie von der Faszination her. Äh, Benny Wins hat, äh, kleiner Funfact, Benny hat damals, äh, Football gespielt. Oh, 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 oh,ku, oh, oh, ho, oh, 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 wow, oh, 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 oh. Was sitzt du denn hier rum? Pausche, bed Detors! Mm, oh, Mäuschen, oh, oh. Oh, ey. Alle 5 Minuten verliebt sich ein Single. Na, du bist das doch. Wirklich. Was? Jetzt haben sie dich hier hingeschoben, ja? Oder was? Was? Oh, ist das... Hm, wie guckt dir das an? Ah, wie sie ihnen hinterherguckt. Das ist schon eklig. Das ist schon eklig. Ja, geht. Ich geh mal hier rennen um hier. Bleib entspannt hier. Aha. Oh, einen Helm. Wenn wir einen Helm aufsetzen. Ja, vielleicht ist das das Hobby des Vaters. Vielleicht, vielleicht. So wie das aussieht, definitiv. Irgendwie, das sieht mir auch nicht besonders neu aus. Irgendwie, oder... So wie Helme heutzutage aussehen würden. Was ist denn das? Das ist die alte Wahl. Ist das so ein bisschen schwer zu verstehen, weil die da faselt. Ja, wahrscheinlich wird's irgendein Wohre Zeug sein. Okay, also die scheint da irgendwie da draußen zu patrouillieren, oder so? Wenn ich mich nicht recht täusche. So rein von der Anordnung der Räume würde ich sagen, dass diese Tür mit den drei Hundeköpfen, die ich öffnen muss, wahrscheinlich hier auf diesen Hof rausgehen. Oder? Treppe runter. Und ja, ne? Müsste eigentlich hier irgendwo da vorne ankommen. Okay. Okay. Gut. Wir schauen mal von weg. Die Kiste hier sehen, die würde ich mir gerne holen. Obwohl ich auch recht... Scheiße, schon echt voll mit dem Inventar bin. Ich könnte doch mal probieren. Nein. Kleinen Moment. Ah, cool. Super, das geht. 15 Schuss. Perfekt. Man könnte noch eine Arznei machen. Oder ich warte erst mal. Ich warte erst mal. Schauen, was sich hier findet. Pistollmolition. Da nehme ich natürlich gerne. Was haben wir hier? Ah, okay. Verschlossen. Braucht ich dafür einen Dietrich? Oder einen anderen Schlüssel? Oder wie? Das ist so ein bisschen... ...nicht wirklich eindeutig, irgendwie für dich. Okay. Ah, die Atmosphäre ist echt top in dem Spiel. Chapeau. Capcom. Tolles Spiel gemacht. Kraut. Kraut. Was? Okay. Oh, Mann, 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 Mann. Hallo? Hallo? Oh, hallo, hallo. Was ist das denn? Da ist eine Flinte im Raum. Antiborheuken. Schlüssel mit Skorpion. Oder was? Oh. Oh. Antike Münze. Football-Spieler. Hier haben wir noch eine Notiz. Bringen die einen Hippie-Miss-Kerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Okay. Na gut. Na ja. Wer ist der Hippie-Kerl? Sind wir der Hippie-Kerl? Billard. Ist hier noch was drin? Warte auf, der Tisch. Nope. Videorekorder. Oh, je. Noch eine Videokassette. Oh, je, 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 je. Ui, 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 ui. Oh, was habe ich hier? Schießpulver. Oh, noch mal ein dickes Buch. Klingel-Use-Story. Okay. Resident Evil 1 damals. Ja. Wir haben es gezockt. Bis zum gewissen Punkt, wo man einfach nicht mehr weiterkam. Wir haben, uns hat so ein Medaillon gefehlt, um eine Tür aufzumachen. Dieses war in einem beschissenen Buch drin. Und dieses Buch konntest du drehen. Aber wir wussten nicht, dass man es öffnen kann. Und das war noch, das war 98. Und wir mussten wirklich, es gab kein Internet, kein nichts irgendwie. Und ein Kumpel ist nach einem Dreivierteljahr draufgekommen, dass man dieses Buch öffnen kann. Indem man halt einfach in einem bestimmten Winkel, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, irgendwie einfach die Aktionstaste drückt. Und sich das Buch öffnet. Und erst dann sind wir draufgekommen. Und erst dann konnten wir das Spiel weiterspielen. Es war unglaublich irgendwie. Also dieser Moment, ja, dieser Aha-Effekt, wo man sagte, verdammte Scheiße, wir haben ein Dreivierteljahr dafür gebraucht, um das Haus zu finden. Unglaublich. Ich musste gerade halt daran denken. Deswegen. Okay, man findet es. 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufwunerweiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das zackstützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Was? Achso. Entschuldigung. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffes, das im Bayou gestandert sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay. Große Schiffe im Bayou. So, aber lasst uns da erstmal noch ein paar Mülltonnen durchsuchen hier. So, tatsächlich ist das, ähm... Du müsstest ja jetzt zickpinnen, voll bis an das Dach hier. Da machen wir nochmal hier. So. Haben wir schon mal 30 Schuss. Das ist doch schon mal was. Okay. Gut, 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 gut. Kurz mal ein bisschen aufräumen hier. Mhm. Mhm. Dann schnappen wir uns mal die Videokassette. Mia. Okay. Äh, ja. Ja. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß, ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Nee. Na dann. Äh, okay. Scheiße. Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße. Hier drüben, Manni. Okay. Spooky kleines Mädchen. Scheiße. Okay. Ja, mach mal. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Bleib da. Oh, scheiße. Da hing ich an. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh nein. Nein, lass mich! Oh scheiße! Oh scheiße! Okay, okay, ich darf uns auf geilen Feierfischen anscheinend. Nein, komm nicht raus. Oh scheiße! Na toll, na toll! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Nein! Ist okay! Warte, muss ich hier drinnen? Oh! Warte, muss ich jetzt diese Scheiße hier machen? Warte, muss ich jetzt diese Scheiße hier machen? Da ruht der Bier ab. Jetzt möchte ich mich hier verstecken, oder? Oder wie? Ich werde dich meine Babys zum Brach vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen! Nee Mama nicht! Wir öffnen unser Zuhause! Wir öffnen unsere Herzen! Und was machst du? Kommt so schwer! Okay. Okay. Was ist das? Na wie? Scheiße, geht's doch grad. Das haben wir ja und wie? Für so eine Hinterwettler-Familie ist das schon ganz schön tricky, der Mechanismus möchte. Ich mach mal einen hier, okay. Okay, okay, okay. Oh, fies, fies, fies. Oh, scheiße. Oh, Mann. Oh, ho, 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 ho. Du, du, alles was du tun musst, ist ihre verdammte Gabe anzunehmen. Oh, was denn für ne Gabe, Mann. Wir lieben dich, warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Oh, schütz. Wir wissen, dass du einiges nicht bist. Nein, 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 nein. Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen. Dafür kein Weg aus, Fräulein. Oh, ho, 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 ho. Ey, die haben alle so ein Ding zu laufen hier. Auweia. Also, ich glaube, ich bin... Ich würde mal sagen, ich bin hier erstmal safe. Habe ich eigentlich ein Inventar? Ja, aber ich habe... Nicht fangen, Margaret fangen lassen. Wow, du könntest dich mal in da oben. Warte, 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 warte. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, nun, was soll ich jetzt machen? Ja, das ist ein Ding. Ah, das ist ein Ding. Ah, das ist ein Ding. Was ist denn da? Wo ist denn dich los? Oh? Oh, 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 oh. Wo denkst du, dass du hingehst? Oh, kalter Beste, ey. Aaaaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020